Silvie Mais, 44, zeigt Damian Pfann der Wartz, 16, Freundin. Die Moderatorin und ihr Ex-Mann Raphael Pfann der Pfad, 39, haben einen gemeinsamen Sohn, Damian. Wie groß der Nachwuchskicker bereits ist, zeigte die Beauty zuletzt auf Social Media. Auch zu seinem 16. Geburtstag Ende Mai teilte sie ein gemeinsames Pick mit dem Teenie. Nun gab es einen besonderen Beitrag von Silvie, sie postete nämlich ein Bild mit Damians Liebster. Auf ihrem Instagram-Profil ist der besagte Schnappschuss zu sehen. Silvie lud ein Selfie mit einer jungen Blondine hoch und markierte sie so wie ihren Sohn. Die junge Dame heißt Lerke Viktoria Wendel. Auf ihrem Instacount wird dann eindeutig, wie sie zu Silvie und Damian steht. Denn sie hat ein ganzes Highlight voll mit niedlichen Pärchenpicks mit dem Fußballer. Die beiden sind ein Paar. Der älteste Beitrag mit Damian ist 27 Wochen alt, anscheinend sind sie also schon eine ganze Weile zusammen. Silvie schrieb zu ihrer Aufnahme, Familienurlaub. Offenbar wurde Lerke schon liebevoll in die Familie aufgenommen. Viele Likes und Kommentare sind unter dem Foto zu finden. Auch der Mann der Niederländerin Niklas Kastello hinterließ ein Herzimugi darunter und machte deutlich, sie verstehen sich wohl alle super mit Lerke.